Bundesliga-Highlights Füllkrug die Möglichkeit bekommt, mal bei der Nationalmannschaft reinzuschnuppern. Er hat in der letzten Saison herausragend gespielt und 14 Tore geschossen, darüber hinaus sein Spiel mit harter Trainingsarbeit stetig weiterentwickelt, sagte Breitenreiter der Sportbild. Füllkrug bei 2 und bei 0 Treffer in dieser Saison hat der 25 Jahre alte Füllkrug bislang zwei Bundesliga-Tore auf seinem Konto. Löws Überraschungsdebütant Marc Huth von Schalke 04 hingegen ist in der Liga noch ohne Treffer. Breitenreiter, es geht darum, ihn einfach mal als Typen kennenzulernen. Punkt. Wenn man einen Umbruch einleitet und neue Chancen ermöglicht, dann gehört Niklas für mich dazu. Mehr zum DFB-Team